Ich bin Katja, ich studiere Media & Communication Management an der Makromedia in München und ich war in London und zwar an der University of Greenwich. Ich habe mich für London entschieden, weil es dort unheimlich viele Möglichkeiten gibt. Die Stadt selbst ist sehr faszinierend. Man kann gerade als Student sehr viel machen, was nicht mal wirklich Geld kostet. Man hat die Möglichkeit Kontakte herzustellen und ich studiere auf Englisch, daher war es naheliegend in ein englischsprachiges Land zu gehen. Gerade als Student hat man in London sehr viele Möglichkeiten. Es gibt eigentlich immer irgendwo Konzerte, die halt vielleicht ein, zwei Pfund kosten oder sogar kostenlos sind. Da muss man sich nur umschauen. Die Museen sind grundsätzlich kostenlos und da braucht man eigentlich schon mal fast einen Monat, bis man jedes Museum durchgeschaut hat. Es gibt die Nascard, die gibt einem überall Rabatte, was wirklich wunderbar ist, ob es jetzt Shoppen ist, ob es jetzt Kino ist, alles Mögliche. In der Universität in Greenwich hat mir einfach mal gefallen, dass es riesig ist. Wir haben es immer persönlich unser eigenes Hogwarts genannt, weil es natürlich wirklich alte Gebäude sind mit ganz viel Geschichte dahinter. Es gibt Societies. Ich habe so viel machen können. Ich war zusammen mit einer Kommilitonin in der Performing Arts Society. Wir haben eine Weihnachtsshow aufgestellt. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht und man hat so viele Leute kennengelernt, mit denen ich jetzt noch in Kontakt bin. Ich habe für mich festgestellt, in dem Semester, dass es nicht so schwierig ist, wie ich dachte, im Ausland zu studieren. Dass man durchaus mitkommt und das ist natürlich interessant für den Master, weil der dauert nur ein Jahr in England. Andererseits habe ich aber auch festgestellt, dass es ein riesiger Unterschied ist, wenn man auf einmal in einem riesigen Hörsaal sitzt und viel zu viele Menschen eigentlich hat. Sobald man den Ansatz verliert, kann man nicht mal eben nachfragen oder sagen, wiederholen Sie das doch mal. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil. Ich habe hier sieben Kommilitonen, wir sind zu acht, das heißt, das ist super intensiv, man bekommt hier viel mehr alles mit. Und die Profs merken auch, wenn man nicht hinterherkommt, bieten einem hier Einzelunterricht an. Das ist natürlich ein Luxus, den wir in London nicht hatten. Ja, und was Ausflüge angeht, zum Beispiel ist Brighton natürlich naheliegend, da kann man mit dem Zug hinfahren. Es gab auch viele, die das gemacht haben. Oder man nimmt sich wirklich mal London vor. Was wir zum Beispiel gemacht haben, wir haben uns unsere Kameras geschnappt und sind nachts durch London und haben Bilder gemacht von London bei Nacht, was ein wunderschönes Erlebnis war und jetzt auch tolle Erinnerungen noch da sind. 18 Partnerhochschulen, 6 Monate, 5 Kontinente. Ein Fachsemester auf Englisch, unterrichtet durch ausländische Experten, geprägt durch interkulturelle Erfahrungen und Branchenpraxis. Das ist das Auslandssemester an der Hochschule Makromedia. Sie hier ... Hier gibt es jetzt ein kurzer Esger explained, dass wir solche Anfeind sind währenddessen und drei ob es, da muss sehr seien hätte machen. Mittal sein, ist何 nach deiner Frau, dass sie dieizinischevey trainings Wright Bornού.. und jeder wunderschön das��도록 zugvor. Vielen Dank.